Willst du eine richtig tolle Ausbildung machen, so fundiert und mit ganz viel Spaß? Wir haben hier gerade die Laureen Lechte, die demnächst ihre Ausbildung bei uns beenden wird. Und ich wollte dich mal fragen, Laureen, wie kam es eigentlich dazu, dass du bei uns, Weinhandlung Bremer, die Ausbildung gemacht hast zur? Einzelhandelskauffrau. Genau, es kam dazu, dass ich natürlich eine Ausbildungsstelle gesucht habe. Und ich liebe den Kontakt zu Menschen und ich habe ein familiäres Umfeld gesucht und das habe ich hier in der Barfüße mit einem sehr jungen, innovativen und netten Team gefunden. Und so kam es dazu, dass ich mich hier beworben habe. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Du hast dich ja auch unglaublich eingebracht. Was hast du noch zusätzlich so gemacht? Also zusätzlich habe ich noch Tastings gemacht. Wir haben Weinreisen gemacht. Ich habe Praktika auf Weingütern gemacht und das wäre auch alles, was dich dann erwartet. Ja, denn wir haben nicht nur die Einzelhandelskauffrau- oder Kaufmann-Ausbildung ab 1.8.2023 übrigens schon, sondern wir haben auch die ganz große Welt der Weine und Spirituosen, die dich erwartet. Und wie gesagt, ein tolles Team, oder? Genau, ein ganz, ganz tolles Team. Und Laureen wird auf jeden Fall weiter bei uns bleiben, das wissen wir jetzt schon. Ja, das ist ein tolles Team.